Hallo Tyrese, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, Dankeschön. Die knurrende Mörte, das schnurrt dich an. So. Danke für deinen Glück, Paddy. Hm. Ach, bist du wüsst? Ja, du hast gerade aufgelegt, wir rufen wieder neu an, weil wir haben ja noch ein bisschen was. Der Artikel über den Abschiedsbrief. Oh, Tyrese. Dann rufen wir ihn nochmal an. Was ist der Zeit? Du denkst, dass es viel zu spüren in dieser alten Geschichte ist? Vielleicht, vielleicht nicht. Bis ich weiß genau, was passiert. Objektiv? Du brauchst nicht meine Verpflichtung. Gut, du hast es gemacht. Aber, manchmal ist es besser, dass die Skeletons in der Kloschkette ist. Und wenn sie rauskommt, dann wirst du nichts sagen. Es ist ein Risiko, das ich bereits erwähnt habe. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Du bist schwer wie dein Vater. Ich glaube, das ist das eine Sache. Geh. 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 Gut. Na gut. Ich will ihn zu den Tee. Ich will ihn zu den Tee. Ah, ah, follow. Tag 5. Ich habe jetzt bei vier Tage Arbeit und drei davon muss ich um vier Uhr anfangen. Uua. What? Oh, ich glaube wir träumen. Hey, Cutie Pie. Wie geht es dir? Dad? Dad? Dad, ist das du? Wo bist du? Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Du kannst zurück in der Ende. Es ist wie die inescapabilität von einem Celestial Body's Revolution. Wir können nicht helfen, aber folgen bestimmten Sternen die Lichtheit. Auch wenn diese Sternen seit Jahrzehnten sterben wurden. Daddy. Ich vermisse dich so viel. Seine Licht ist in der Lage. Und es erreicht uns. Und diese Sternen sind in der gleichen Zeit alive und tot. Ist das ein Huhn? Was sieht aus wie ein Huhn? Hier der Kopf und da der Schwanz. Ein qualmendes Huhn? Ich verstehe. Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht sehen, Daddy. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Wo bist du? Wo bist du? Du kennst, wie viel ich dich liebe. Ich weiß, Daddy. Ich habe immer kennengelernt. Ich liebe dich auch. Was ist das? Deshalb sage ich nochmal. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Rachel. Rachel? Hä? Okay. Well. Sag nicht, ich habe von diesem Teller gegessen. Das ist ja widerlich. So. Processing. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Uh, wait, wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay, okay. It's, um, it's VHS of the behind-the-scenes of a TV broadcast. But it's, it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. There are tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories. Stuff kids like. Uh, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but, uh, they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay. Uh, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, okay, the lights look good. How about the headphones? I don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy, where terrible lies were played out. I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen, I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 117. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's getting off a glare and burns out the same... I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it, too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap, you freaking me... Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear I... Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep. The tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off. I'm ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, uh... One, one, seven, I think. One, one, seven, yeah. Same floor as my apartment. Nicole? Soll ich dir mal Puls fühlen? Oh. Sag dich einfach, nee, ich will den nicht. One, one, seven. One, oh, four. One, oh, three. Okay. Okay. Mach jetzt. Ist ja gut, schreib mich nicht an. Was war das? Neun, zehn. Hm. Ist es das Zimmer mit der Kerze und dem Buch auf dem Boden im Badezimmer? Hm, doch nicht. Hey. I found the room. But? For someone barricaded it with an L-Bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it a generator room? I'll let you know. Oh, warum denn? Lass doch einfach das Scheiß-Zimmer zu. Setz dich in dein Kinderbett und guck die Ducktales. Keine Ahnung. Irgendwas? Wo renne ich eigentlich hin? Ne, ich war richtig. Warum? Die hat da 20.000 Videokassetten. Ich würde die ganze Zeit nur irgendeinen Scheiß gucken und warten, bis das vorbei ist. Nein. Ich bin, ich bin, ich bin. Aha! Found him. Ich will da nicht reingehen, Feli. Wirklich nicht. Warum müssen Menschen immer da reingehen, wo andere Leute kreischend rausrennen? Das werde ich nicht verstehen. Niemals. Was? Ich wäre diejenige, die in einem Horrorfilm übrigens überleben würde. Ich würde mich nicht aufteilen. Ich würde mich einfach totstellen. Irgendwo. Nie egal. Was? Da war doch gerade was. Oskar? Oskar, möchtest du mein Supportive Animal sein? Komm mal hier, Schatzi. Komm mal hier zur Mama. Okay, cool. Okay, cool. Zerretten. Sind wieder da. Ein Hohlspiegelmikrofon. Wow. Wow, ghê, no? A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Okay. Da ist der Videorekorder. Leere Hülle. Noch eine leere Hülle. Da sind die Videokassetten. Die nimmt sie aber nicht. Hä, wo kommt die Kamera her? Ja, ich hab hier... Wieso macht sie denn immer Geräusche bei allem? What? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, Buttergrass, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that rouge again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I think you're smoking good stuff. Ha, 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 ha. Did you see his face? He's missing couples mirrors. It sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I paid you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm going to go have a seat. And if you don't figure it out by the time I'm done... Ah! What the fuck are you doing? I saw something! Well, you're not taking it. No, I mean, for real! What? What the? No one's here! I'm telling you! What did you guys say? It looks more like a, like a... Oh, my... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! I'm telling you! Oh, shit! I can't find the keys! Oh, please! Oh, mein God! Oh, my God! Oh, my God! Come on! Oh, he's coming on! Joa! Hallo, Marcel! Hi. Nun. Ja. Ja. Hallo, Oskar. Mein Bibi. Ja, nun. Okay. Die Tür hat sich... Da sagt sie nichts zu. Das ist normal. Haben wir Fingis? Weiß ich nicht, Oskar haben wir Fingis? Die sagt da auch nichts zu, ne? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen oder sowas? Nö. Ähm... Aber wieso ruft die den jetzt nicht nochmal an und erzählt dem davon? Mal gucken. Oh, wo ist denn das denn? Da ist ne Brille. Da ist ne Brille. Der Videorekorder. Da ist aber jetzt... Oskar. Oskar Schmus mit meiner Maus. Magazin... Da... Ah. Oskar. Bitte. Leg dich hier hin. So kannst du liegen, Schatzi. Siehst du. So ist fein. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und jetzt? Frech! Die Stelle war richtig frech. Was sagen wir dazu? Erschreckt? Ah, was?